Du bist Gangster, du wirst observiert, dir ist es aufgefallen, nachdem du aus dem Fenster geschaut hast, dass da ein verdächtiger Wagen steht, dass da eine Kamera auf dein Haus gerichtet ist, dann hast du ein Problem. Diese Frage wurde mir bei Instagram in der Story gestellt, was tun bei Observationen. Einfache Leute sagen einfach, keine Straftaten begehen, das wird hier immer wieder kommentiert, was soll diese ganze Beratung, wer keine Straftaten begeht, hat kein Problem. Mein Klientel sind nun mal Straftäter und zu einem gewissen Teil auch Leute, die unschuldig sind, aber es gibt nun mal Leute, die begehen Straftaten und auch die brauchen Beratung. Wenn gegen dich eine Observationsmaßnahme läuft, dann muss man sich erstmal fragen, ist es eine längerfristige Observation oder nur eine kurze. Bei einer kurzfristigen Observation braucht man nämlich nicht die Beteiligung von Staatsanwälten und Richtern, das kann nämlich die Polizei selber machen, einfach aufgrund der Generalklausel. Einfach egal, wo Straftaten begangen werden, darf auch observiert werden. Es gibt nur diesen 163f Strafprozessordnung, da könnt ihr reinschauen, und da heißt es dann, liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat von erheblicher Bedeutung vor. Dann darf planmäßig auch längerfristig observiert werden. Und das ist vor allem das Interessante eben, wenn ihr mit einer Bande zusammen Drogenhandel treibt, wenn ihr bandenmäßig Menschenhandel betreibt, wenn ihr Waffen einführt, also wirklich so in die Richtung organisierte Kriminalität, dafür geht es natürlich bei dieser Vorschrift. Also das sind alles so im mittleren Bereich mindestens ein, zwei Jahre Freiheitsstrafe aufwärts, kann man da rechnen, da darf auch längerfristig observiert werden. Heißt für euch, also wenn ihr einfach nur jemanden aufs Maul gehauen habt, letztes Mal auf der Kirmes, dann ist es unwahrscheinlich, dass deswegen jetzt die Kamera auf euch gerichtet wird, sondern das muss schon was sein. Die Vorschrift fordert eben zureichende tatsächliche Anhaltspunkte. Das ist letztlich auch eine gute Nachricht, das heißt, es kann observiert werden. Das bedeutet aber nicht, dass es schon einen dringenden Tatverdacht gegen euch gibt, denn gäbe es einen dringenden Tatverdacht, dann wäre er nämlich schon beim Untersuchungsrichter, weil dann die Voraussetzungen eben vorliegen würden. Das heißt, wenn nur observiert wird sozusagen, dann haben die noch nicht viel. Das heißt, dann kann man vielleicht auch noch was machen. Und das bedeutet wiederum auch, also wenn man Verbrecher ist, sollte man sich natürlich auch Gedanken machen über sichere Kommunikation. Ja, Stichwort Kryptohandys heißt eigentlich, es gibt keine sichere Kommunikation. Ja, aber auch natürlich allgemein Augen auf. Ja, also wenn vor eurem Haus Autos stehen, andere Autos als sonst und dergleichen, das können alles Hinweise für eine Observation sein. Und dann ist es manchmal eben auch nicht weit, dass man auch verhaftet wird, wenn tatsächlich hier auch was gefunden wurde. Soviel erstmal zu diesem Paragraf. Es folgen weitere. Soviel erstmal zu diesem Paragraf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020